Moin zusammen, wir sind zurück in Witches Legacy 7. Der Café ist fertig, ja, okay, warte, nee, wir wollten aber was anderes machen. Wir wollten, genau, die Bienen einsammeln. Alles klar. So, die ist auch gleich viel ruhiger, ne? Äh, okay, wir nehmen die Hobbit nach Honigwarme mit. Nein, die Mühlenfigur ist dahinter. Was ist denn mit den Bienen? Die können wir doch mitnehmen, denen können wir doch... Hm, reicht das schon als Zuhause? Nee, die brauchen doch auch irgendeine Nahrungsquelle hierbei. So, Honigwabe, hm, die können wir da drüben verwenden. Warte mal, hier, geht das so schon? Das geht so schon, okay, alles klar. So, hier, ne, da hätten die drauf gekonnt. Hm, okay, also, erstmal in die Mühle. Hm, sehr gut, eine leere Ölkanne, meinetwegen, Mehl. Was? Das ist alles? Hm? Hm? Kriegst du es hin? Okay, wenn du mir etwas geben möchtest, werde ich es in eine Pauze gebraten. Hm, Ninja-Frettchen. Okay, gerne, aber nicht nöschen. Woo! Schiebe Bertha durch die Mühle zum Mahlstein. Wähle die richtige Richtung an den Kreuzungen aus. Was? Warte mal, so, 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 so. Wir müssen von unten kommen, ne? Guck mal, da, es gibt nur eine, ein Pfeil nach hier, also wir müssen von unten kommen. Okay. Da könnten wir nach unten bringen, bringt hier aber nichts. Da ist so... Da geht es nur geradeaus rüber, nach oben. Okay, ich probiere es mal da oben rum. Das war ja perfekt. Das hätte ja nicht besser laufen können. Mann, okay. Nach unten, bringt das was? Ne, bringt überhaupt nichts. So, wenn ich jetzt hier hochgehe. So rum. Ja, guck mal, das kann funktionieren. Ne, shit, ich müsste nach unten gehen. Das geht nicht, ne? Ich kann wieder nur nach rechts oder links abbiegen. Aber ich kann hier rum gehen, das ist okay. Okay, so, da, genau. Jetzt hier rum und da rüber. Ja, das funktioniert. Hey, cool. Nicht naschen. Und auch nicht zu doll hinriechen. Okay, super. Und auch gleich so formschön verpackt. Danke dir. Schlafpulver. Hey, sehr klasse. Okay, äh, ne? Den Hexenjäger. Ja, was muss ich erst das... Ne, was? Hä? Zur Hilfe. Wieso kann ich das Schlafpulver dann jetzt nicht da reinpacken? Hm. Ich brauche kochendes Wasser. Aha. Äh, ja. Ja, Mensch. Hier brauche ich die Schleife und das Dings. Mehl. Kann ich da irgendwas mit? Kann ich nicht. Ähm, nein, wüsste ich nicht. Hier, was kann ich denn da? Ölkanne. Normalerweise lieben Schmetterlinge diese Blumen. Was mache ich da jetzt mit? Ich habe keine Ahnung. So, gehen wir weiter. Okay, hier kann ich Wasser kochen. Das ist ja schon mal gut. Ich muss das Feuer löschen. Nee, eigentlich war ich das noch gut gebrauchen. Was ist hier? Da fehlt der Abendreif. Hier, da fehlt das zum Weinbringen. Hm, ja, schon klar. Hier ist... Da fehlt ein Käse und was immer da oben hinkommt. Was kommt da oben denn hin? Weiß ich nicht. Jedenfalls nichts von dem, was wir dabei haben. Hm. Und da hinten dir fehlen die Flügel. Ist hier noch irgendwas dran? Nee. Möchtest du schlafen? Nein. Kannst du mit Mehl welche backen? Nein. Nee. Trinkt alles nix, ne? Tja. Wachsen. Nein. Was machen wir denn jetzt? Ich komme noch weiter zurück. Ja, aber hier hatten wir ja alles... Hier waren wir ja fertig. Das hatten wir ja herausgefunden. So. Ähm. Das heißt, was machen wir jetzt? Okay, wir schauen mal auf der Karte nach. Nun, also. Wir sind hier. Wir können da irgendwas machen. Aha. Okay. Ja. Hier können wir irgendwas machen. Aber was denn? Aha. Nein. Ich möchte nichts hören. Ich möchte nichts hören. Ich komme gleich wieder, Fischi. Dauert nur noch ein Stündchen oder so. Okay. Gut. Also. Zurück. Na. Weg. Zurück. Und dann lass uns das Wasser mal kochen. So. Tada. Es ist gleich übergekocht. Okay. Topf mit heißem Wasser. Mh. Eine Schleife. Mh. Sieht zwar blank aus, aber ich glaube, da ist etwas mit unsichtbarer Tinte geschrieben. Guter Platz für etwas Rundes. Aha. Okay. Aber mit unsichtbarer Tinte kann... Egal. Das ist nicht jetzt. Wir brauchen erstmal Fräuleinchen hier. Yay. Und jetzt das Schlafwohlverhinein. Yay. Das merkt sie überhaupt nicht. Hier. Ich bringe dir etwas für deine Kälte. Hm. Und? Eine Kasse Tee? Vielleicht habe ich dich verurte, mortal. Danke. Oh, das war mal eine Freude. Die wird sauer sein. Oh ja. Die wird sauer sein. Wir haben sie jetzt... Warum war das überhaupt nötig? Ich meine, sie war doch jetzt uns positiv gestimmt. Dann müssen wir sie doch nicht einschläfern, oder? Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich zu gläuberisch. So. Fliege. Aha. Oh, Mensch. Wenn das so ist. Dann komm mal mit. Hut der Wahrheit. Was haben wir noch? Hier haben wir sonst nichts mehr, ne? Ne. Da brauchen wir nur die Palette. Okay. Hier auch raus. So. Do your job. Und? Was sagt sie? Sagt gar nichts. Wachstumselixier. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das will ich aber nicht. Der Talking Head sagt... Nee. Nee. Der macht das nicht so kompliziert. Oh nein. Ich will nicht. I. Okay, das ist also ihr Unterbewusstsein. Hm. Ziemlich komplex, würde ich mal sagen. Das haben wir hier zum Beispiel. Ja, da fehlt so... Ah, hier. Warte, die Schildkröte. Die haben wir hierbei. Gut. Öh. Okay. Wir nehmen das Band mit. Was haben wir da noch? Die Sichel nehmen wir mit. Natürlich. Hier fehlt aber eine Seite. Jemand hat hier etwas aus dem Gedächtnis gerissen. Hm. So, da oben wird gewimmelt. Na komm, das machen wir jetzt. Erstmal. Yay. Ein Schloss, ein Apfel und ein Schmetterling und eine Muschel. Schloss, Apfel, Schmetterling und Muschel. Schloss, Schloss, Apfel, Schmetterling. Ist das ein Apfel? Nee. Schmetterling und Muschel. Da gab es doch eben was anzufassen. Was ist hier anzufassen? Was ist das? Kessel, Rock, Rock oder Gelände vielleicht? Da oben? Nee. Ähm. Hier? Ah, okay. Dann kann man in der Chaos alle Teile finden. Ja, okay. Scheint noch zu kommen. So, Apfel. Schmetterling. Ähm. Oh, hier. Äh, okay. Gut, das geht total zusammen. Schmetterling, Muschel, Banane, Libelle. Schmetterl. Halt. Da ist auch noch das Sante. Schmetterling, Muschel, Banane, Libelle. Schmetterling, Muschel. Was ist das? Muschel, Banane. Muschel? Muschel. Banane, Libelle. Schmetterling, Banane, Libelle, Brille, Eule. Brille, Eule. Hier kommen wir doch garantiert nochmal zurück, um die Münzen ins Sparschwein zu stecken. So, was ist hier? Ah. Okay. Nee, braucht noch mehr. Mh, Eule ist hier. Ja, Banane direkt da drüber. So. Ich brauche eine Schere. Aha, Schere ist hier. Oh, schön. Fein, das. Ja. Okay, nochmal. Schmetterling, Libelle, Brille. Schmetterling. Ja. Brille. So, jetzt nenne ich den Schmetterling. Was? Ah, hier war doch eben. Hat es da nicht gezuckt? Es hat nicht gezuckt. Schmetterling. Und Rock und Statuetten. Hier? Was möchtest du? Ach, einfach nur die... Ach so, okay. Ah, okay. Ja, ist gut. Ja. Cool. So, immer noch der Schmetterling. Und der Rock natürlich. Schmetterling. Schmetterling ist wahrscheinlich ein bisschen was höher, ne? Schmetterling? Nee. Nein. Ach, jetzt muss ich Garn finden. Das kann. Und jetzt? Aura, Klee. Nee. So, Schmetterling ist hier. Alles klar. Wir haben's. Und? Können wir's? Yay. Two brothers, Hans and Herwig, fought each other so much, that the witches sealed them into a single vessel and stole their sister Lisa. Hm. Das ist die same girl from the photo I saw in the hut. Hm. Die Glocke nehmen wir erstmal mit. Was ist das denn hier noch für ne Geschichte? Okay, so. Was haben wir hier? Hier haben wir Schildkröten. Zwei kleine Schildkröten fehlen. Oh, das ist... Ist das dieses mit den Weg finden? Sowas find ich cool. Okay, aber wir haben... Halt, Moment. Sind die vielleicht hier irgendwo nebendran? Nein. Müssen wir noch finden. Äh, runter. So. Wer bist du denn? Hallo. Guten Tag. Ein Juwel fehlt. Ein Schlüssel fehlt. Ein Gesicht fehlt. Hm. Haben wir alles nicht dabei. Ist das hier das... Nee, Stabemblem. Nee, das ist es nicht. Okay. So. Also. Seite. Nix. Zwei Schildkröten. Und Juwel und Schlüssel. So. Können wir das alles aus ihrem Bewusstsein raustransportieren? Das wäre nicht gut. Naja, wir bringen auch wieder Sachen hinein. So. Schmetterlinge mögen die. Nein. Können wir den Fisch damit befreien? Äh. Wo war denn der Fisch? Fisch? Nee. Wo ist der Fisch? Nein. Äh. Wo war noch der Fisch? Hier ist nicht der Fisch. Wo ist der Fisch? Glocke? Warte mal. Etwas rum ist. Kommt hier rein? Nee. Okay. Wo ist der Fisch? Ach, da ist der Fisch. Hä. Okay. Yay. Da haben wir schon mal eine rohe Schildkröte. Wie kann ich das Schiffchen herbeiziehen? Hm. ins Wasser klettern. Und ab dafür. Kann das Fischchen das nicht machen? Nee. Okay. Raus. Ah, dafür ist die Glocke bedacht. Ja, ja. Ja. Noch eine von den Schildkröten. Sehr gut. Und hier. Eine Tänzerin hat die Gruppe verlassen. Ja. Und das ist... Ja. Und? Hoffentlich kann ich die andere Hälfte finden. Ist wieder alles im Eimer. Ich sag's euch. Alles im Eimer. So. Kümmern wir uns erstmal um die beiden Schildkröten. Tada. Und tata. So. Verbinde identische Schildkröten. Achte darauf, dass sich die Linien nicht überkreuzen. Okay. Warte. Wie geht das? So. Hier. Ach, wir brauchen uns gar nicht drehen. Ach. Okay. Ich hätte gehofft, den Würfel drehen zu müssen. Hey. Ich liebe das. Das spiele ich auch gerne auf meinem Telefon. Hi. Die Palette. Und der Cacher. Yay. So. Aber nix für hier, ne? Ne, nix für hier. Mit dem Cacher können wir jetzt hoffentlich das Boot cachen. Ja. Na, also. Geht doch. Oh. Mhm. Das ist die Seite. Oh, das ist die Seite hier aus ihrem Buch, ne? Da. Ja. Das wundert euch noch? So, Schmetterling. Die Aussperrung erinnert mich an eine Schneeflocke. Mich nicht. Ich finde, das sieht aus wie ein Glas Milch. Ähm, okay. Wo kommt der Schmetterling dann hin? Nicht hier. Cool. Ähm, so. Erstmal ins Haus und die Palette gefunden. Ähm, ähm, nein. Da. Aha. Was haben wir hier? Lisas Porträt. Wie kommt das denn hier hin? Okay. Ähm, hier können wir im Moment noch nichts machen, ne? Ne, natürlich nicht. Ne, hier können wir noch gar nichts machen. Wir müssen erstmal die Tänzerin finden oder irgendwo herstellen, ausschneiden. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Schmetterling? Ach, hier. Schmetterling. So. Jawohl. Danke für die Kugel. Jetzt hat das Ding die, die Pflanze den Schmetterling gefressen. Ne, ne? Was ist das hier? Hallo? Ein Grießgrämiger Kerl fehlt. Ha. Okay. Jo. Spiel schön weiter. Leuchtkugel. Ah, hier. Ja, super. Okay, acht Eidechsen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Das ist keine Eidechse. Sieben. Einen haben wir noch. Na los, einen haben wir noch. Wo versteckst du dich? Nein. Eidechse. Da ist sie. Okay, ist klar. So. Ähm. Handschuh. Die Statue. Die Statue sehe ich da oben. Noch eine Statue. Ah, nun ist es noch. Oder ist das rar? Ist das hier? Das ist gar nichts. Ähm. Hier ist noch eine Statue, aber nicht die richtige. Hier. Äh. Ein Flakon, ein Handschuh. Und eine Taube. Taube? Handschuh? Schlange? Ja, sehe ich hier. Ähm. Hier im Vorbeer. Das da? Nee. Der Flakon. Und ein... Ich sag jetzt mal, es ist ein R. Wo ist der A? Wo versteckst du dich? Du bist ja sonst nicht so schüchtern. Hier? Nee. Da ist er. Okay. Alles klar. Oh. Okay, noch weiter. Wow. Eicheln. Löwe. Kaktus. Pilz. Und Sonne. Sonne habe ich hier oben gesehen. Kaktus ist da. Das ist Eicheln. Pilz. Löwe. Uhr. Und Rubin. Rubin. Uhr. Löwe. Äh. Was ist hier? Elefant hat den Kopf irgendwo liegen lassen. Aha. So kann man das natürlich auch nennen. Yay. Okay. Eicheln. Pilz. Uhr. Tänzerin. Ei und Apfel. Die Tänzerin. Die brauchen wir doch ganz dringend. Wir könnten jetzt eigentlich schon gehen, ne? Ei. Apfel. Eicheln. Pilz. Hier gibt es so viele Pilze. Eicheln. Eicheln. Ach hier. Das sind keine Eicheln. Ja. Das sind Eicheln. So. Tannenzapfsud. Wo ist der dritte Ast? Ähm. Der hier? Okay. Okay. Und er da drauf. Ein paar Tannenzapfen. Aha. Äh. Okay. Äh. Klar. Wieso nicht? Natürlich. So. Die Tänzerin. Juhu. So. Aber meistens ist das ja leuchtende Kugel. Kann das sein, dass sie hierher kommt? Sie kommt. Ah. Und da wird die Zauberschrift noch sichtbar. Und zwar dauerhaft. Badabadabadam. Okay. Nehmen wir mit. So. Ähm. Hier oben ans Fensterer. Das da und das da. So. E. Okay. Also. E. O. Fall nach oben. E ist sie da. E. O. Ist der da? Fall nach oben ist die da. Bam. Bam. Oh nein. Sie müssen in der richtigen Reihenfolge stehen. E. O. Ist. Er ist O. So. E. Ist. Äh. Sie da. E. O. Der Fall nach oben ist Uschi. Und jetzt die beiden wahrscheinlich wieder auch schnörkel. So. Die Kohle lassen wir da. Aber den Schlüssel nehmen wir mit. Verschnörkelter Schlüssel. In ihrem Bewusstsein. Ähm. In der Kiste. Yay. Da haben wir noch ein Wuschel. Ich weiß ja nicht. Okay. Na gut. So. Wo waren die Wuschel? Die waren nicht hier. Die waren. Die waren hier, ne? Ja. So. Hilft der Bestäubung der Blumen. Mithilfe der Wolke kann man alle Wuschel auf die andere Seite befinden. Und ledig zwei können gleichzeitig auf einer Wuschel stehen. Eine leere Wolke kann nicht verschoben werden. Was? Okay. Stelle sicher, dass mehr gute Wuschel als böse auf einer Seite sind. Tippe auf Start, um die Wolke in Gang zu setzen. Was? Sind mehr gute Wuschel als böse auf einer Seite? Oh nein. Das kann ich nicht so gut. Nee. Hä? Achso. Start. Start. Okay. Jetzt so oder was? Geht das? Die Wolke kann sich nicht bewegen. Okay. Na. Mist. Okay. Also gut. Aber war ja schon mal lustig. So. Und wenn wir da jetzt den Bösen hinpacken. Zurück gehen. Und einfach die beiden Bösen rüberholen. So. Den einen nehmen wir wieder mit. Nehmen stattdessen zwei Güte. Tauschen die aus. Ne. Ne. Das bringt überhaupt nichts, ne? Eine Leere lässt sich nicht bewegen. Tja. Wenn ich den Guten mitnehme, habe ich hier zwei Böse. Wenn ich den Bösen mitnehme, habe ich da zwei. Ne. Ich müsste es so machen, aber das geht nicht, ne? Ich muss also einen guten und einen Bösen mitnehme, anders geht's nicht. So. Und wenn ich die jetzt da hinbringe? Wie mache ich das denn jetzt? Ne. So rum. Klar. Da kann ich da nur einen einsammeln. Ach doch. Warte. Das könnte funktionieren. So. Ein rüber. Ja. 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 Siehste. So. Zack. Ha. Geschafft. Juhu. Und siehe da. Es gibt eine Schneeflocke. Ganz vorsichtig. So. Tschüss Jungs. War schön. Okay. Dann bringen wir hier mal die Schneeflocke an. Juhu. Den Eisarmreif nehmen wir mit. Und der Eisarmreif ist für. Ne. Äh. Wofür war der denn? Der Eisarmreif war für. War das nicht hier? Nein. Wo war das? Ach. Hier, ne? Ja. Siehste. Zack. Und dann bekommen wir da den Seelenstein. Jo. Den Seelenstein. Mensch. Und da wird nochmal gewimmelt. Oh. Ushiku. Jetzt muss ich zurück. Nein. Sie muss aber dafür ihre Seele hergeben. Lisas Seele. Was? Warum haben wir Lisas Seele? Ich will es Lisas Seele nicht. Hm. So. Was haben wir jetzt? Kristallkugel. Sternenschlüssel. Idol. Und Brezel. Brezel. Ähm. Hier. Lass mich raten. Das muss doch alles da rein. Eins von drei. Natürlich. Habe ich es nicht gesagt. Yay. Was? Ja. Okay. So. Nochmal. Kristallkugel. Ähm. Sternenschlüssel. Idol. Schleife. Krabbe. Ähm. Was ist denn? Idol. Was heißt ein Idol? Was ist das? Was kann das sein? Hm. Ich glaube, das hatten wir in einem der letzten Wimmelbildspiele. Da war das der Geist aus einer Wunderlampe oder so. War das nicht so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hm. Sternenschlüssel. Idol. Schleifer. So. Was? Hm. Womit kann ich die andere Hälfte anmalen? Jo. Ich muss drei Garnknöbel und eine Nadel finden. Äh. Okay. Warum denn so viel? Oh. Das war noch nicht. Sternidolnote. Sternidolnote. So. So. Ähm. Sternidolnote. Sternidolnote. Was ist ein Idol? Sternidolnote. Das ist ein Idol? Echt jetzt? Das war doch einfach nur eine olle Puppe. Äh. Stern. Da. Schuss, 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 schuss. Sehr gut. Also Stern und Note. Stern und Note. Stern und Note. Geht nicht vorher. Stern. Ähm. Ach ja. Natürlich. So. Dann gib mir das Garnknäuel. Yay. Und jetzt die Striche anbekommen. Und aus groben Garmen wurde uns ein fein Schleier halb durchsichtig gewoben. Yay. Schleier. Aber wieso? Warum? Wazur? Oh. Weil. Uschi sie braucht. Warum geht das nicht? Weil die Blume da unten rein liegt. Gefunden. Lisa. Was mache ich denn mit Lisa? Ähm. Okay. Die Schnecke sollte uns ja sagen. Ähm. Was die beiden Köpfe hier zum Einschlafen bringt. Ist es der Schleier? Nee. Es ist Lisa. Es ist Lisa. Zum Weinen. Oh. Ich erinnere mich. Das ist Lisa. Unsere Sister. Ja. Du hast uns wiederum. Ich kann nicht die Tränen zurückhalten. Oh. Die Tränen nehmen wir mit. Wofür auch immer. Ich will mal was. Oh. Okay. Dankeschön. Flügelrahmen. Was wird hiermit gemacht? Nee. Braucht nicht. Oh. Oh. Wie schön. Flügel. Für das Vieh. So. Warte mal. Bevor ich da hingehe. Hier drüben ist jetzt wirklich alles fertig. Also wirklich wirklich alles fertig. Ja. Hier ist auch alles fertig. Okay. So. Das ist dann für Mönchen. Oh. Und? Aber das hier haben wir immer noch nicht fertig bekommen. Käse. Ja. Das könnte es sein. Ja. Aber was kommt denn hier? Hier sind es hinein. Außer dem Käse meine ich. Dunkler Wald. Wir gehen in den dunklen Wald. Oh. Oh. Annabelle's magic shall help me perform the ritual even quicker. Cassandra's got Annabelle. We're doomed unless I can free her. There must be a way I can move along the windowsill to Bertha. Ah. Okay. Alles klar. Ja. Super. Fantastische Entwicklung. Okay. Ich mache einen Augenblick Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Macht es gut. Tschüss. Ich bin gleich wieder für euch da.